Genau. Ich habe schon fertig. Aber ich sitze noch da. Und Fall auf Augen, bleib eingegangen. Jetzt hier noch ein bisschen Käse. Und hier kann ich Käse nehmen. Du darfst. Ich weiss es nicht, ich mache gar nichts. Es geht noch gemächlich zu und her in der Küche der Demenzwohngemeinschaft. Wo es nötig ist, helfen Monika Schär und Fabrice Brunner beim Zmorgen. Ganz ruhig wie heute sei es aber nicht immer. Das ist ein Kaffee. Manchmal haben wir Tage, wo die Bewohner, wenn wir am 7. j. den Diensthafen, schon drei Leute am Morgen essen. Und es gibt Tage wie heute, wo eher die Leute lieber länger noch bleiben liegen, die noch nicht so aufmögen. Und dann gibt es, dass es etwa so ruhig ist um diese Zeit. Aber es heisst, es gibt nicht irgendwie am Morgen einen Tag wach, wo alle aufstehen müssen, sondern es kann jeder machen, wie er will. Genau. Also wir haben hier für uns beschlossen, dass wir wirklich den Bewohnern überlassen wollen, dass sie aufstehen möchten. Auch ein fixes Tagesprogramm gibt es nicht. Zwei bis drei Betreuerinnen und Betreuer sind gleichzeitig im Haus. Die Bewohnerinnen und Bewohner, alle zwischen 82 und 94, sollen sich möglichst wieder heim fühlen. Und wird Verena Kobel zum Beispiel im Haushalt mithelfen. Das abtrocknen, das machen Sie gerne? Ja. Das abtrocknen, das machen Sie gerne? Das mache ich gerne. Und jeden Tag tun Sie da mithelfen? Ja. Tun Sie jeden Tag mithelfen? Ja. Ist jemand müde, kann er oder sie auch hinlegen und dabei trotzdem unter den Leuten bleiben. Jetzt lasse ich die Rückenlehne ein bisschen runtergehen, nicht in den Klubfen. Jeder soll das machen können, was ihm gut tut. Wie Jakob Marti. Das Pflegepersonal hat herausgefunden, dass er sehr gerne etwas Feinmotorisches macht und darum auch gerne Dokumente schreddert. Etwas, was nur dank einem kleinen Rahmen so möglich sei, ist die Wohngruppenleiterin überzeugt. Ich denke, wenn man acht Bewohner hat, kann man sich viel mehr auf die acht Leute konzentrieren. Wir haben sicher Zeit, ja, auch zu beobachten, wie sie sich im Alltag ja geben, was sie eben für Interessen haben. Und dadurch haben wir mehr dann die Chance, irgendetwas für sie herauszufinden, eine Aktivität, die sie einfach gerne machen, als wenn man 20, 25 Bewohner auf einer Abteilung Wohngruppe hat. Ja, wo das halt dann mehr wegfällt, weil man einfach, ja, so mit vielen Leuten konfrontiert ist. Die Betreuung von acht Bewohnerinnen und Bewohnern ist also individuell, dafür auch aufwendiger. Betrieben wird dem Endes Wohngemeinschaft vom örtlichen Alters- und Pflegeheim gerade nebenzu. Für die Bewohner kostet das Wohnen in der WG gleich viel, wie wenn sie im Pflegeheim wären, rund 5'500 Fr. im Monat. Genau in Zahlen, was der Betrieb effektiv kostet, haben die Verantwortlichen nach fünf Monaten noch nicht. Sie sind aber überzeugt, viel teurer als Betreuung in einem herkömmlichen Pflegeheim sei es da nicht. Was wir jetzt schon merken, wir haben hier eine relativ hohe Pflegestufe. Und haben jetzt gemessen an dem nicht so viel mehr Personal, was aber so das Geheimnis, glaube ich, ist, dass die Pflegenden übernehmen ja auch Hauswirtschaftstätigkeiten. Wir haben ganz kurze Wege. Also im Haus drüben, da läuft man ja schon ein paar Kilometer am Tag immer hin und her. Das fällt wie weg. Vor dem Mittag gibt es noch Besuch. Michel Wühemär kommt bei seiner Mutter vorbei. Der reformierte Pfarrer sagt, seine Mutter hat in den Umzug in den Mannswohngruppen gut getan. Dass sie mehr uns eben wieder kennt hat, dass sie hier wohl ist, entspannter ist und nicht gerne gerade fragt, wo bin ich zu Hause, wo komme ich jetzt mit ihr, ich komme mit ihr jetzt und so. Das war manchmal fast quälend, wenn wir gegangen sind, sie mit uns kamen wollen. Und hier hat sie das nicht mehr. Man spürt einfach, es hat auch ein bisschen ein Zuhause gefunden in dieser Gemeinschaft hier. Die Erfahrungen bei der Demenzwege in der Leruexan sind bis jetzt also fast nur positiv. Weitere Ausbaupläne gibt es aber, trotz grosser Nachfrage nicht. Mit seinen acht Plätzen bleibt darum die Wohngruppe, ein Nischenangebot im Emmittal. Der Leruexan, wir haben heute einen Zwischen Kinderkarte, der ist dort sehr wichtig, die drei Sachen in der Leruexan sind. Die beiden in der Leruexan sind bärstil ab, aber diese Sachen in der Leruexan sind wichtig, wie sie mit ihnen in den Leruexan gelungen an der Leruexan sind. Und hier haben wir die Wertschätzt. Auch wenn wir diese Häuser aus der Leruexan stehen. Die beiden werden die beiden in der Leruexan sind.